One-Way-Ticket, 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 One-Way-Ticket to the Blue. Schönen guten Abend. Ja, One-Way-Ticket, also ein Hinfahrticket ohne Rückfahrticket. Nur eine Hinfahrt in ein fremdes Land, ohne zu gedenken, irgendwann mal wieder zurückzufahren. Das hat es bei mir gegeben, Ende Juni. Am 27. Juni 2023 hatte ich mich ins Auto gesetzt, nachdem ich schon im Januar begonnen hatte, mein Haus zu verkaufen, alles aufzulösen und bin dann abgehauen nach Ungarn. Ja, warum ausgerechnet Ungarn? Ich habe mich im Rahmen meines Buches Abgesang sehr ausführlich mit diesem Land beschäftigt, insbesondere mit der Person Viktor Orban, der mir als Bollwerk gegen die EU-Diktatur bestens bekannt ist. Deswegen versucht ja auch die EU zusammen mit den USA, die Opposition bei Wahlkämpfen zu unterstützen, um Orban zu stürzen, was zum Glück nicht gelungen ist. Orban erzielt über 50 Prozent Stimmen bei den Wählern. Davon können die deutschen Einheitsparteien nur träumen. Ja, was die Person Orban noch auszeichnet, ist, neben dem Bollwerk gegen die EU-Diktatur, dass Orban sein Volk fragt, nicht über sein Volk hinweg regiert, anders als in Deutschland. Orban fragt sein Volk, wollt ihr Asylanten haben? Das Volk hat Nein gesagt. Also sieht man hier in Ungarn keine Asylanten. Also mir ist noch keiner begegnet in den über zwei Monaten, die ich nun mal hier bin. Anders ist das in Deutschland. Da wird über das Volk hinweg regiert. Was das Volk möchte, das interessiert doch keinen. Das nennt man auch Diktatur. Siehe zum Beispiel die Einführung des Euros, eine Totgeburt, die uns viel Wohlstand kostet. Über 90 Prozent der Deutschen waren dagegen. Der Euro wurde trotzdem eingeführt. Gut 50 Prozent der Deutschen sind gegen die Masseneinwanderung. Das interessiert dem Regime nicht. Das Land wird geflutet mit Schein-Asselanten. Kostet uns pro Jahr über 70 Milliarden und natürlich innere Sicherheit. Die Mehrheit des Volkes ist gegen die Unterstützung der Ukraine im Ukraine-Krieg interessiert dem Regime nicht. Wir werden sogar die Ukraine mit deutschen Geldern mit aufbauen. Und die Mehrheit des Volkes ist auch gegen das Heizungsgesetz, was jetzt vor wenigen Tagen verabschiedet worden ist, wodurch sich viele nicht mehr eine Immobilie leisten können, im Grunde genommen ihre Immobilie nur noch verramschen können, was durch die energetischen Sanierungen durch die EU oder durch die EU-Geforderten noch viel schlimmer werden wird. Und das hat dem Regime auch nicht interessiert. Es wird über das Volk hinweg regiert, was ich hier in Ungarn nicht feststellen kann. Ja, warum bin ich ausgewandert? Es ist schon meine zweite Flucht. 1961 aus der DDR über West-Berlin in die Bundesrepublik mit meinen Eltern oder meine Eltern mit mir. Und jetzt 2023 die Flucht aus der Diktatur. Ja, was mir, was ein Hauptgrund mit ist, ist die Massenverblödung, die in Deutschland stattfindet, die als Selbstdenker gar nicht mehr auszuhalten ist. Bestes Beispiel der sogenannte menschengemachte Klimawandel, den es gar nicht gibt, denn den Klimawandel gibt es seit mindestens 500 Millionen Jahren, den Menschen aber erst seit sieben Millionen Jahren. Dann muss also die Frage lauten, wer bitte ist verantwortlich in den restlichen 493 Millionen Jahren für den Klimawandel, Tja, schauen wir uns zum Beispiel das Zeitalter des Ortoviziums an, das ist etwa so 440 bis 490 Millionen Jahren. Und dort war der CO2-Gehalt wesentlich höher als heute. Er betrug das 12- bis 16-fache Abnehmen Richtung heute. Ja, die Erde hätte kochen müssen. Hat sie nicht? Komisch. In der ersten Hälfte des Ortoviziums war die Temperatur vergleichbar mit heute. In der zweiten Hälfte begann die Vergletscherung, das heißt die Erde kühlte erheblich ab. Hm, komisch eigentlich. Schauen wir uns auch mal andere Zeitalter wie Atlantikum, der wärmste Teil der Erdgeschichte, mit an. Oder schauen wir uns mal Selour de Vong an, da war es auch deutlich wärmer und da gab es auch noch nicht die Industrialisierung. Die fand erst etwa 1750 statt, angefangen in England, 100 Jahre später etwa Deutschland. Hm, eigentlich komisch. Ohne Autos, Kohlekraftwerke, diese Warmtemperaturen, komisch. Tja, ganz interessant ist übrigens in dem Zusammenhang, das Volk der Wikinger. Das müssen richtige Klimasäure gewesen sein, weil die sind im Jahr 1000 in das eisfreie Grönland gezogen. Grönland heißt übrigens auf Englisch Greenland, grünes Land. Ja, die Wikinger haben dort Ackerbau und Viehzucht betrieben, allerdings begann in den nächsten 500 Jahren die Vereisung Grönlands. Ja, ich weiß nicht, ob die da schon richtig Traktoren, SUVs und sonst was hatten die Wikinger, dass da der Klimawandel mal wieder voll zuschlug. Gut, diesmal Richtung kältere Temperaturen, wie es schon so oft in der Erdgeschichte der Fall war. Ich könnte Ihnen jetzt viele Beispiele nennen, zum Beispiel im Jahr 0, wo die Römer sich über die heftigen Temperaturen beklagten, die Engländer in England Wein und Oliven anbauten. Hm, sehr komisch. Weitere Massenverblödung war die sogenannte Corona-Plandemie, wo mithilfe von völlig nutzlosen PCR-Tests Statistiken gefälscht wurden. Der PCR-Test ist gar nicht in der Lage, eine Infektion zu erkennen. Er kann sogar noch nicht mal zwischen Grippe und Corona unterscheiden, weswegen plötzlich die Grippe so gut wie ausgestorben war und auf einmal nur Corona existierte. Der PCR-Test kann nur die Existenz von einem gewissen Gensequenz erkennen. Aber ob diese Gensequenz zu einem toten Virus gehört oder zu einem Virus, was in die menschliche Zelle eingedrungen ist, kann der Test überhaupt nicht feststellen. Denn erst wenn die Viren in die menschliche Zelle eingedrungen sind, und es muss auch eine größere Anzahl sein, Stichwort Virenlast, erst dann ist man wirklich infiziert. Man hat letzten Endes damit Scheinstatistiken aufgebaut, man hat die Anzahl der Testzyklen so stark erhöht in Deutschland, dass viel zu viel falsch positive Ergebnisse herauskamen. Genauso frisiert wurde die Statistiken zum Beispiel durch die sogenannte 28-Tage-Regelung. Wenn zum Beispiel jemand innerhalb der letzten 28 Tage Corona hatte und nehmen wir mal an, er fällt jetzt die Treppe runter, bricht sich das Genick, ist also tot, dann ist der Mann offiziell an Corona gestorben. Somit wurden auf diese Art und Weise auch die Statistiken rauf und runter gefälscht, frisiert. Ich habe in meinem Buch viele andere Statistiken auch mal näher analysiert, zum Beispiel über Arbeitslosigkeit, dann Kriminalität von Migranten oder auch linksextreme, rechtsextreme Anschläge, die alle von vorn bis hinten gefälscht sind. Also kurz um diese Massenverblödung ist für mich völlig indiskutabel ein Grund auch abzuhauen. Ja, dann ebenfalls die Meinungsfreiheit ist ja in Deutschland quasi nicht mehr existent, es sei denn, man äußert linksgrüne Ansichten, das ist sicherlich erlaubt. Alles andere ist verboten. Der Paragraf 130 StGB, Volksverhetzungsgesetz, wird in über 12.000 Fällen pro Jahr angewendet zur Verurteilung von Leuten wegen ihrer Meinung. Wobei die Fantasie der Richter oft abenteuerlich ist, völlige Lappalien in den Bereich der Volksverhetzung zu verschieben. Da muss man als Richter selber schon kriminell oft sein. Dann weitere Gesetze wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas muss erwähnt werden, was damals durch einen nicht beschlussfähigen Bundestag geboxt wurde. Also fern nur das Hate Speech Gesetz und die EU hat das Digital Service Act Gesetz verabschiedet vor kurzem, wo die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien fleißig eingeschränkt wird. Für mich auch ein No-Go. Ich möchte keine Diktatur erleben. Das muss nicht sein. Ja, dann ist der Hauptgrund aber für mich gewesen, einer Enteignung zu entfliehen. Denn die EU plant ja seit einiger Zeit energetische Sanierung, dass bis 2033 Häuser mindestens die Energieklasse D erreichen und bis 2045 völlig emissionsfrei werden. Das bedeutet, fossile Energien können dann nicht mehr eingesetzt werden. Man muss mit Wärmepumpen arbeiten. Insbesondere bedeutet das finanziell. Die Kosten liegen dann bei 1000 bis 1300 Euro pro Quadratmeter. Für mein Dreifamilienhaus hätte das bedeutet, ich hätte da 300.000 Euro reinstecken müssen. Gelder, die ich natürlich nicht habe, klar. Und bevor ich das Haus dann verscherbeln muss, denn wer kauft denn eigentlich ein Haus, wo man sich Hunderttausende investieren muss? Ich merke es ja schon jetzt. Wer jetzt probiert, sein Haus zu verkaufen, der hat enorme Probleme. Beziehungsweise die Käufer haben Fantasiepreise, versuchen die Kosten so weit runter zu handeln, dass es sich gar nicht mehr lohnt, das Haus zu verkaufen. Ich hatte noch Glück im Januar. Da standen die ganzen wilden Fantasien vom Habeck mit dem Verbot von Öl- und Gasheizung noch nicht an. Obwohl mir bekannt war, okay, die energetischen Sanierungen werden irgendwann mal thematisch aufkommen. Ich konnte damals innerhalb von zwei Wochen mein Haus verkaufen mit sechsstelligem Gewinn. Das daran ist heute nicht mehr zu denken. Und es wird dann folglich so sein, viele können sich diese energetischen Sanierungen gar nicht leisten. leisten, müssen ihr Haus verscherbeln. Ja, das gleicht einer Enteignung und der bin ich eigentlich zuvor gekommen. Sie werden jetzt natürlich völlig zu Recht sagen, ja, die energetischen Sanierungen werden ja dann auch in Ungarn Pflicht. Zunächst muss erst mal geklärt werden, wird das ungarische Parlament diesen Vertrag ratifizieren. Und ich kann mir unter Orban überhaupt nicht vorstellen, dass der seine Leute, sein Volk auf die Straße setzt. So nach dem Motto, seht zu, wo ihr jetzt pennt, saniert eure Häuser. Ich meine, das relativ arme Ungarn ist dazu gar nicht in der Lage, diese Kosten in Häuser zu stecken. Zumal die Häuser hier noch deutlich älter sind als in Deutschland. Völlig undenkbar in Ungarn. Ja, es gibt sicherlich weitere Gründe. Ich will sie nur kurz ansprechen. Deutschland wird an die Wand gefahren. Ich meine, seit Merkel hat es angefangen seit 2015 genau, wo das Land geflutet wird mit Schein-Asselanten, die uns ein Heidengeld kosten, mindestens 70 Milliarden pro Jahr. Und die Wirtschaft wird zerstört durch diese links-grüne Koalition oder Ampel. Es findet eine Deindustrialisierung statt. Das Wachstum in Deutschland ist negativ. Und durch die Sanktionen gegen Russland hat man hier eine Hyperinflation verursacht. Wer an die 8 bis 10 Prozent Inflationsquote glaubt in Deutschland, der kann wirklich nicht mehr ganz dicht sein. Wir haben ebenso wie in Ungarn mindestens 25 Prozent, gehen sie Lebensmittel kaufen oder beziehen sie Energie, dann merken sie sofort, ja, 25 Prozent haben wir genauso wie in Ungarn. Die Sanktionen gingen daneben. Man macht alles brav mit, was die EU-Diktatur halt vorschreibt. Ebenfalls interessiert es einem Regime nicht, ob die Hauptschlagader der deutschen Industrie zerstört wurde, sprich Pipelines gesprengt wurden, man verhindert sogar Untersuchungen, deckt die Täter. Ja, in so einem Land kann man nicht wohnen, was systematisch zerstört wird, aber im Grunde genommen ist die Zerstörung nicht erst seit 2015 beschlossene Sache. Ich habe ja in meinem Buch Abgesang klar dargelegt, sie wurde 1913 durch den Marienminister Winston Churchill angekündigt und sie hat sich seitdem wie eine Kette durchgezogen über den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Seit dem 8. Mai 1945 sind wir ja auch kein souveränes Land mehr. Und ja, damit ging eigentlich der Fall Deutschlands so richtig weiter. Erfahrung mit diesem Land und dem Volk, was mich absolut begeistert hier ist, die Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft. Es ist unglaublich, was ich hier so erlebt habe. Darüber habe ich ja eben schon erzählt. Wenn man hier durch Ungarn fährt, hat man scheinbar endlose Agrarlandschaften. Ab und zu kommt mal ein Dorf mit vielen Einfamilienhäusern. Mehrfamilienhäuser habe ich hier in dem Bereich gar nicht gesehen. Die gibt es nur in den wirklichen Park Großstädten und die sind hier recht selten in Ungarn. Sehr auffällig ist, wenn man hier durch Ungarn fährt. Alles so gepflegt, so sauber. Man geht durch Parks, total sauber. Die Straßen, die Städte, total sauber. Gehen Sie mal durch Bahnhöfe, da finden Sie keine Schmierereien, verpisste Ecken. Und wenn Sie den Bahnhof verlassen, sind Sie in so einem No-Go-Area, wo vielleicht Drogenhändler sind oder sonst was für obskure Gestalten. Das kenne ich hier überhaupt nicht. Es wird ja gesagt, Ungarn gehört zu den armen Ländern. Ja, das müssen wir ein bisschen relativieren laut Bruttoinlandsprodukt. Mag das ja stimmen, aber so habe ich mir ein armes Land hier überhaupt nicht vorgestellt. Also zum Beispiel die DDR, die den höchsten Lebensstandard in den kommunistischen Ländern hatte, war ja auch ein armes Land. Aber die DDR in den 70er, 80er Jahren zu vergleichen mit Ungarn, um Gottes Willen, in der DDR habe ich völlig runtergekommene Industrielandschaften, völlig runtergekommene Häuser massenweise erleben müssen. Das findet man hier in Ungarn überhaupt nicht. Also wirklich so gepflegt alles gut. Gut, es gibt einige Straßen in den ländlichen Gebieten, eher auf den Nebenstrecken. Da sind die Straßen oft nicht toll, aber die Fernstraßen, vor allen Dingen Autobahnen, sind wunderbar, muss ich sagen. Ja, ich werde mich aber nicht darüber beklagen, über diese paar Straßen, die wir hier haben, die nicht so toll sind. Die haben wir in Deutschland auch genug. Ich habe mir in zehn Jahren bei meinem Mercedes vier Fahrwerksfedern kaputt gefahren, durch diese schlechten Straßenbedingungen. Runtergekommene Brücken, Schulen habe ich hier noch nicht erlebt. Das wirkt sogar sehr gepflegt, vor allen Dingen die Schulen. Ich weiß noch, wie ich durch Schaubron mit jemandem gegangen bin und habe gefragt, Mensch, ist das ein Regierungsgebäude? Das sah so richtig vornehm aus. Nö, das ist das Gymnasium hier. Bro. Ja, das Einzige, was ja wirklich schwierig ist, ist die Sprache und die viertschwerste Sprache der Welt wird hier gesprochen. Ich weiß nicht, oder ich glaube nicht, dass ich hier an meinem Lebensabend hier ein Sprachstudium machen werde, was wahrscheinlich schwieriger ist als mein Physikstudium. Ein paar Grundbegriffe werde ich sicherlich lernen oder bin ich schon dabei. Ja, zum Glück habe ich eine ungarische Lebensgefährtin, die Germanistik studiert hat und daher wunderbar Deutsch spricht. Da bin ich also im Vorteil. Die Bürokratie ist hier nicht ganz ohne, aber die ist in Deutschland genauso aufwendig. Interessant sind die Preise hier in Ungarn. Lebensmittel deutlich teurer als in Deutschland. Würde ich mal so 25 Prozent grob geschätzt sagen. Vorausgesetzt, es sind Lebensmittel, die importiert werden. Ungarische Agrarprodukte völlig normalpreisig. Die Energie ist hier sehr billig. Ja, apropos Energie. Ungarn gehört zu den billigsten Ländern in Sachen Energie. Strom kostet hier 9 Cent etwa. Und da zu dem Thema Strom möchte ich Ihnen auch noch eine nette Geschichte erzählen. Als ich das Haus hier gekauft habe, hieß es, ja, wir speisen 1700 Kilowattstunden jedes Jahr bei E.ON ein und verbrauchen aber als dreiköpfige Familie weniger, zahlen dadurch keinen Strom. Es wird hier auch mit Strom geheizt und natürlich gekocht. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe bei E.ON in Ungarn angerufen. Der deutschsprachige Service hat mir das bestätigt. Ich habe mir sogar den Stromvertrag von den ehemaligen Eigentümern geschickt. Ich war erstaunt. In Deutschland ist es ja genau umgekehrt. Da kriegen sie typischerweise etwa 7,5 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde. Und wenn sie Strom brauchen, zahlen sie das sechsfache, also etwa 45 Cent. Und das ist doch sehr beeindruckend. Also zahle ich keinen Strom, weil ich mehr produziere, als ich verbrauche. Davon ist abgesehen, in Ungarn hat man auch viel mehr Sonnenstunden als in Deutschland. Im Übrigen ist es hier auch vier Grad wärmer als bei mir im Bayerischen Wald, was aber nichts mit der Strommenge oder Energiemenge zu tun hat. Interessant ist auch, die Versicherungskosten hier ein Bruchteil gegenüber in Deutschland lohnt sich auf jeden Fall. Einsamkeit. Ich werde oft gefragt, fühlst du dich denn hier nicht einsam als Auswanderer in einem fremden Land, dessen Sprache du wahrscheinlich nie sprechen wirst, da viel zu kompliziert. Die Frage muss ich ganz klar verneinen. Hier im Westen Ungarns sprechen prozentual viel mehr Ungarn Deutsch als in manch einer deutschen Großstadtviertel oder in manch einer deutschen Klasse, das muss man klar sagen. Außerdem, die Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft dieser Menschen hier lässt einen jegliche Einsamkeit vergessen. Außerdem bin ich über Telegram mit vielen Deutschen in den Ungarngruppen vernetzt. Wir haben regelmäßige Stammtische. Es gibt eine deutsche Community, wo man sich jede Menge Ratschläge geben lassen kann. So hatte ich dann auch erfahren, dass es Leute gibt, die die Anmeldung für einen machen, die sehr komplizierte Laxenkarte, also Wohnsitzkarte, als auch die Registratio, Registrierung für ein paar Euro machen, dass Leute, die sich da spezialisiert haben, auch die Überführung von Autos, was in der Wissenschaft für sich ist, wird hier gemacht. Man findet also Hilfe bei der deutschen Community. Wie gesagt, ich bin hier mit vielen Deutschen auch in Kontakt. Gut, deutsche Nachbarn möchte ich nicht unbedingt haben, weil die Deutschen wirklich gerne belehren, was sie sich gar nicht leisten können mehr, so runtergekommen wie Deutschland ist. Interessant ist die politische Gesinnung dieser Deutschen. Meistens sicherlich das rechte Spektrum, was aber jetzt keine Kritik sein soll, denn rechts steht ja für Erhalt von Kultur, Identität, Sitten, Bräuche, Traditionen, Heimat, also Eigenschaften, die jeder normale Mensch haben sollte. Interessant ist, diese Deutschen sind meistens ungeimpft und nicht wenige leben hier auch ein alternatives Leben, machen zum Beispiel einen auf Selbstversorgung, denn wenn man hier in Ungarn sich ein Haus kauft, trägt man unheimlich viel Grundstück dazu, also unter 1000 Quadratmeter läuft nichts typisch, eher mehrere tausend Quadratmeter. Ja, und viele Deutsche machen hier einen auf Freilerner, schicken ihre Kinder nicht in eine Schule, sondern lassen sie anhand von Projekten lernen. Ja, darüber kann man sicherlich streiten, was dabei herauskommt. Gut, dass die Schulen in Deutschland ideologische Brutstätten sind, ist völlig klar, aber dennoch glaube ich nicht, dass dieses Freilernertum der richtige Weg ist. Aber das sollen die auch selber wissen. Mein Fazit, es war absolut richtig, hier nach Ungarn abzuhauen, was ja zu den 10 beliebtesten Auswanderungsländern gehört. Hier fühle ich mich frei, ich muss keine Angst vor Hausdurchsuchungen haben aufgrund meines Buchprojektes. Ich genieße die Freiheit unter Orban, ich muss nicht aufpassen, was ich sage. Diese Diktatur, wie man in Deutschland hat, diesen Ökofaschismus, den gibt es hier nicht. Es ist ein tolles Lebensgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. In Deutschland sich politisch zu engagieren, zu hoffen, dass die nächsten Wahlen da was bringen, das kann man aufgeben. Deutschland ist gefallen, muss man ganz klar sagen, beziehungsweise die Freiheit. Wir haben Einheitsparteien in Deutschland, genauso wie damals in der DDR. Was wollen sie folglich wählen? Es gibt keine Alternativen. Und auch wenn die AfD einen Boom erlebt, aber für mich ist die AfD eine klare Scheinopposition, eine gesteuerte Opposition von oben gesteuert, denn die haben hier bei der Corona-Pandemie die Füße sehr still gehalten, statt Tag und Nacht aufzuklären. Hier liegt ein Riesenbetrug vor, Statistiken werden gefälscht, auf Teufel komm raus. Und das ist alles nur geplant von langer Hand. Genauso hier beim Klimawandel, das sagt doch keiner von der AfD. Ach, CO2 hat überhaupt nichts damit zu tun. Den Klimawandel gibt es schon immer. Das hat Gründe, die die Astrophysik betreffen, die wir nicht ändern können. Das finden sie gar nicht. Die machen fleißig mit mit den Einheitsparteien. Vergessen sie es. Sehen sie zu, wenn sie die Möglichkeiten haben, das Land zu verlassen, um endlich Freiheit zu finden und Harmonie. Tja, in diesem Sinne, ich wünsche ihnen alles Gute. Verlieren sie den Humor nicht. Auf Wiedersehen.